Hey Leute, hier ist euer ChipLayerHD wieder. Heute mit einem kleinen Tippvideo, wie man schnell auf der Map Arsenal 10 Weitschüsse machen kann. Ich habe ja vor ein paar Tagen gestreamt und habe eine ziemlich gute Runde in Arsenal hinbekommen, wo ich ohne Probleme 10 Weitschüsse hinbekommen habe. Und habe extra für euch die 10 rausgeschnitten und zu einem kleinen Video zusammengefügt, damit ihr so sehen könnt, ein paar Stellen, wo man richtig gut Weitschüsse machen kann. Und ich schwöre euch, das ist richtig gut dort. Was man dafür braucht, ist Hardcore auf jeden Fall. Man muss Lust haben drauf und man muss echt drauf scheißen auf das Camperische, weil es ist einfach mal mit dabei, dass man mal kurz warten muss, bis ein Gegner kommt oder so. Aber wenn man die Weitschüsse machen möchte, dann muss man damit klarkommen. Auch die Gegner müssen irgendwie damit klarkommen, weil man will ja unbedingt Bier oder Gold. Okay Leute, gönnt euch das. Und wie gesagt, wenn ihr da noch andere Tipps habt, dann schreibt sie auch einfach unten in die Kommentare. Und vergiss nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Gönnt euch das. Yo. Ja, ein Weitschuss haben wir. Ah, zwei Weitschüsse normalerweise sogar. Ich bin irgendwie über den Zaun gestohlen. Äh, umstands einer. Wir haben Weitschuss. Ja, die Runde ist echt gut mit Weitschüssen. Ich sage, die Map ist echt gut dafür. Alter. Ich mache ein Video hier. Ich habe, glaube ich, alle Weitschüssen gleich. Das geht, nein. Das war schon mal einfach. Das hat mir nicht gebraucht. Ey, das denke ich mir, wenn ich eigentlich überlebe, aber auch. Wenn ich den überleben konnte. Ja, ja, ich habe wieder einen Weitschuss. Ich baue jetzt, ähm, das Schild, also. Das Schild mache ich kaputt. Mein Leben ist kaputt. Ich habe in einer Runde acht Ding gemacht, ohne Probleme. Ich hoffe, euch haben die Ausschnitte ein bisschen helfen können. Überhaupt die Tipps. Was ich vergessen habe, am Anfang zu sagen, ist, dass, ähm, Herrschaft oder Abschuss bestätigt. Hardcore ziemlich gut dafür ist, weil man da viele Kills machen kann. Wie ihr da gesehen habt, gibt es da echt gute Stellen. Ich hoffe, ihr nutzt es auch so gut wie ich. Da habt ihr selber gesehen, kann man ziemlich schnell 10 Weitschüsse machen. Habe ich selber in der Runde. Ich hoffe, ihr schaut auch bei meinen Streams vorbei. Vergesst nicht, wie gesagt, oben abonnieren. Okay, das war's von mir. Euer Chipleer, ade. Bis zum nächsten Video. Chillio. Chillio.